Micky Haus, Micky Maus, mhm. Alter, da war echt nicht normal. Ne, irgendwas war da krumm. Irgendwas. Selbst, oder? Ja, so ziemlich, ja. Yacht oder Chalet? Yacht oder Chalet. Einmal haben wir Clubhouse gekauft. Super, die besten Maps. Aber gut, Chalet finde ich jetzt nicht so schlimm. Chalet geht noch, ja. Doch, Chalet ist in Ordnung. Es wird schön klein. Aber Clubhouse, Yacht. Und den Kanal haben wir heute auch schon gehabt. Die drei, die drei besten. Ach, die drei allerbesten. Die drei allerbesten, Top of, ja. Top of Rainbow Six. Die Bomben sichern. Die Bomben, die schützen. Oh, 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 ich glaube ich ja. Ich bin nach dort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Das ist vollgeblitzend. Ach, gerade da. Das ist vollgeblitzend. Das ist vollgeblitzend. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend planen. Das ist vollgeblitzend. Das ist vollgeblitzend. Nur noch 10 Sekunden. Ich weiß nicht rein, AVS. Noch 5 Sekunden. Ja, Herrgott. Ey, hier ist übrigens auch alles möglich. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf heimliche Aktionen vorbereiten. Das Gerät ist platziert. Oh Gott. Mann, fuck, das gibt's nicht. Rushen die oder was? Nein, die kommen gleich mit zwei Schildträger an. Ich glaube B war es jetzt. Auch hier ist ja. Zwei Schildträger kommen auf B. Zu B rein. Ach komm. Wo sind wir? Ach, ich realisiere jetzt. Oh, war das ein Dusel. Wollt ihr dich messern oder was? Zwei Mal wollte er mich messern. Ich habe die Schritte gehört. Und dachte ich mir. Mann, du ist drunten. Dann habe ich mich umgedreht und Aaaaah. Panik. Ja. Bombe sichern. Dann nehme ich, dann nehme ich, dann nehme ich. Hm. Thatcher oder Sledge. Sledge oder Sledge. Wen soll ich nehmen? Hm. Sledge. Sledge. Nein, Thatcher. Ja. Wobei wir haben Termit und Ash dabei. Aber Thatcher auch nicht schlecht. Wir haben deine Bombe aufschwören. Ja. Da kennst du das, wenn du losfährst und geh an eine Wand. Haha. Da ist noch etwas drin. Mhm. Ach, ich kriege einen Anfall. Ja. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Hm. Wöken. Wöken. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Noch 5 Sekunden. Entschärfer wurde zurückgeholt. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie ihn. Haltet nach anderen Ausschau. Oh. Hallo, ich bin Sledge. Kommt doch hoch. Ach, ich habe eine Entschärfer auch noch. Du hast eine Entschärfer, ja. Oh. Fuck this. Oh. Streusprengsatz einsatzbereit. Oh Gott. Fuck. Oh. Fuck. Fuck this. Fuck. Fuck this. Oh. kommt man da gar nicht hoch was ist denn der wichser was ist denn der wichser? pass auf runter warum? feind draußen entdeckt endlich haben was war Katze und Mausspielen Ein Gegner verbleibt. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Du hast den Entschärfer fallen... Enttäuschend. Ich bin in die Falle getreten. Dann kam der Kapkan. Da wo ich gestorben bin. Direkt dort ist er. Wir sind Team Orange. Wir sind wieder nur zu viert. Einer ist gegangen. Warum auch. Das gibt's ja nicht. Ja, Gegner eliminiert. Eigner Druck erfolgreich. Das war geil. Hat er gewusst, dass der da ist? Vermutend wahrscheinlich. Der Hornsuf wieder... äh, der Sail führt an, sag ich. Schon wieder? Der Sail wieder. Mit dem ist doch was nicht normal. Der Freak, Alter. Ein totaler Freak. Ich glaube, der pusht sich mit Bier immer. Weizen. Mit Weizen, genau. Die Bomben sichern. Die Bomben schützen. Die Bomben schützen. Die Bomben schützen. Komm da einer? Noch eine wo bei der Garage noch eine dünne sind. Standort der Bombe ist klar. Entsprechend zu planen. Bei der Garage? Ja. Ronzo, machst du das nicht? Bei der Garage. Ich hab eins. Ich hab's nicht mehr. Die ist wieder raus. Ronzo, komm mal her. Wo? Ja oder nicht, passt schon, wo du bist. Ich hab's nicht mehr gesehen. Ich bin hier über dir. Ich setze Nidro ein. Ich bin hier. Das ist perfekt. Das Gerät ist in Position. Die Tür ist blockiert. Ich platziere eine VF. Entschuldigung. Ich wurde entdeckt. Keine Sorge mehr wegen der Granaten. Ich geh aus. Ich geh nach Haus. Oh, oh. Okay. Die Garage hier. Vorsicht. Die Garage hier. Granate. Achtung. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Pass auf, das kommt ja bei dir Ding. Ich hab's nicht. Hast du den? Ja. Oh shit. Jetzt gibt's noch nie. Ablos nur 19. Ist da noch einer, Ronzo? Mein Nitro. Schade, dass er mich erwischt hat. Sonst hab ich ihn gehabt. Gonzo, war da oben noch einer? Ja, den hab ich schon weg. Unten bei der Garage ist noch einer. Ein Gegnerverbleib. Bei der Garage? Vor der Garage, ja. Ist er noch? Ah, der ist tot. Der ist tot. Gibt noch einen. Okay. Halt da, ich hänge voll. Bleib's nicht noch. Gonzo, bleibst du wieder bei der Treppe? Ja, bei der Treppe. Er bleibt hier und ich bleib beim Tor. Dann teilen wir uns ein bisschen auf. Ich schau in ein Wohnzimmer, gell? Ja. Hinterm Kamin ist er. Und versteht sich. Ja, nein. Also erst den Stock dann. Ronzo, wenn du jetzt links gehst, er schaut auf dich. Er schaut auf dich. Ja, dann bleib da, Gonzo. Lass ihn kommen. Lass ihn kommen. Er versteckt sich. Genau da ist er. Gonzo, lass ihn. Jetzt läuft er in die Bar jetzt. Er läuft in die Bar. Lass ihn kommen. Der muss ja runterkommen. Jetzt kommt er wieder. Jetzt kommt er wieder vor. Jetzt wird er die Kamera gleich ausmachen. Doch nicht. Jetzt. Ich habe ihn markiert. Es läuft wieder weg. Der ist ein Trottel. Der ist immer nur da unten. Ja, der ist innen drin. Jetzt kommt er wieder raus. Jetzt läuft er wieder dahin. Und lokalisiert. Jetzt ist er von oben. Aldi. Algato. Jetzt er checkt er. Boah, jetzt er. Nein. Mann, wieso jumpt er da einfach runter? Weiß ich nicht. Ich dachte, er hat sich verletzt wahrscheinlich. Markieren nochmal. Ja, schau. Ja, jetzt hat er sie weg. Aber bleibt der Gonzo. Der muss zu uns kommen. 15 Sekunden noch. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Ah, hat er das schön durchgeschauen können. Wie die Hand dann noch so. Das lobe ich ihn. So lobe ich es mich. So, wen nehme ich jetzt? Ich nehme einen Back. Ich nehme einen Back, Jungs. Du hast einen Back. Geil. Geiler Back. Ich nehme einen Back. Du bist der Wahnsinn. Ein Back. Den habe ich gar nicht. Du bist der doch überholt. 20 Punkten. Wo? Die letzte Kill gibt Bonuspunkte. Das sind nicht 20 Zentimeter. In einem Leben kleiner B. Kleiner Back. Kleiner Back. Ich glaube, die sind hier oben, oder? Ich höre da was. Ja. Ja, oben. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Ja, 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 ja. Ich fühlte mich einfach besser. Fünf Sekunden bis Einsatz. Warum so macht die jetzt? Entschärfer wurde erneut gesichert. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Ich finde das übrigens saucool, dass man da einfach... Das ist dasselbe Ort wie gerade eben, oder? Ja, wir waren ja unten im Keller. Nein, nein, ich war... Achso, wie wir die vorher hatten. Ja. Also da ist eins nicht drin. Ja, weiß ich. Aber du warst das letzte Mal einer. Also ich gehe mal von unten. Drohne ist aktiv. Dann haben wir mal ein bisschen Schmerz da oben. Okay, die haben sich da richtig verbarrikadiert, oder? Das gibt's ja nicht. Ja. Da sind sie alle oben, ja. Amachen! Das ist da mal die Kamera. Da ist die Kamera. Ach komm. Ist er weg? Nein, lebt noch. Das ist geil, wie diese Edelstahl-Dinger da noch nachgewackeln. Streusprengsatz einsatzbereit. Künder Streusprengsatz! Da ist der von hinten gekommen. Kannst du sein? Da ist er aber nicht. Da ist er aber nicht. Da ist er aber nicht. Ausgereist kann man nicht. Da ist er aber nicht. Du hast den Entschärfer fallen gewahrt. Ach, da sind wir da draußen sonst gewesen. Wieso bist du tot? Wieso bist du tot? Wieso bist du tot? Ja, da unten war er im Keller, war er. Nein! Wie hat der mich jetzt gesehen? Ja, ganz zu zweit. Wieso schießt denn der da auf? Das gibt's doch nicht. Nein, andere Seiten lassen. Ja, ja. Ich glaube bloß 10 Prozent. Ah, die sind ja zu fünft. Ah, ja. 15 Sekunden. Überrascht oder? 10 Sekunden übrig. So eine Hand. Oh, dann hätte ich den noch gern gehabt. Hm, crazy. Küche. Nehmen wir Küche. Und einmal schnell. Nehmen wir Küche. Kitchen. Da steht 3-1. Das hätte man jetzt wirklich machen können, der Mensch. Ich bin enttäuscht von euch. Gegen 5. Haha. So kann das nicht weitergehen. Erste Worte sprechen. Die Bomben sichern. Die Bomben sichern. Das ist so scheiße hier mit dieser... Im Einsatzbereich gleich. Oh, ich habe die Idee. Guck, guck, guck. Wo ist sie? Achtung. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Sie warte im Keller aus. Sie warte im Keller aus. Ich warte im Keller aus. Ich habe Nitro platziert. Es bleiben 10 Sekunden. Ich lade mein Magazin. Nur noch 5 Sekunden. Du musst in dieser Zone bleiben. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Schönen. Ich muss gleich mal weg. AVS ist platziert. Reisungsverhalt. Stacheldraht platziert. Hä? Du bist... Komm, wir außen. Feind lokalisiert. Platzieren in AVS! Was? Die muss doch... Die Tür abgesperrt! Die Bombe lokalisiert. Schützt sie. Auf jeden Fall jemand. In diesem Bereich ist ein AVS aktiv. Feinde gefunden. In diesem Bereich ist ein AVS aktiv. Feinde gefunden. Auf jeden Fall. Ach komm. Wieso sprengt die die Luke zum Keller aus? Nein, wo kommt der her? Das geht es doch nicht. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Schütten. Auf geht's Lars. Ich hab ihn grad noch gesehen. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Was ist das enttäuschend von mir? Nächster Matchball. Jungs. Auf geht's. Jetzt aber wirklich gnadenlos vorgehen. Nein. Nein. Ich kann bloß noch Montagne oder Ash nehmen. So. Wie du möchtest. Ja. Nimm mal die Ash-Montagne da. Mit dem lege ich ein bisschen den Clench. Ihr müsst eure Drohne verwenden um eine Bombe aufzuspüren. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Wir halten uns ja eh super. Wir spielen gegen uns. Wir sind hier. Und ich habe jetzt da noch dritte Weizen. Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ist denn die da? Oben? Nein. Diesmal nicht. Diesmal haben wir gelegt. Unten. Unten ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Ja. Wahrscheinlich. 10 Sekunden. Perfekt. 5 Sekunden. Ja. 1 Sekunden. 1 Sekunden. Entschärfer wurde erneut gesichert. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Lauf. So. Unquant Fuse dabei. Nur vorher reinlassen. Oh. Ah. Unquant Fuse. Ja. Philipp Halle. Ciao. Da was Neufuse hier. Zack Zack. Ich bin ganz falsch rumgelaufen. Ich wollte wie auf die andere Seite. Strahl Sprengsatz aktiv. Ich habe die Asch dabei. Soll ich irgendwas aufsprengen? Irgendeine Tür? Ja. Wir machen mein Fenster drauf. Ich kann es aufsprengen. Ja. Du hast was. Ah. Du bist Termite oder? Ja. Toll. Achtung. Dann mal los. Zurück. Blockiert. Die ist in der Küche oder wo? Die ist blockiert. Erdgeschoss. Blockiert. Ja. Das hat keiner im Thatcher. Soll ich aufmachen? Ja. Mach nur du auf. Genau. Ich kann es aufmachen mit der Asch. 3, 2, 1. Go. Schnell. Halt nicht mehr. Die Polizei ist vor Gott. Die Polizei ist vor cheap. Aber nicht mehr. Nach vorne. Jetzt ist es weit. Zachsagt. Gehtsagt. Gehtsagt. Alles. Alles. das gibt es doch nicht scheiß bärenfalle das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht oder der macht einen schuss das war einfach schlechter grüße schon wieder angreifen nehmen jetzt den fetcher wieder ich nehme den sledge nun kennt man sich bloß ins letzte alles zu machen wir müssen eine bombe aufspüren nicht im keller wir haben wahrscheinlich oben das geschoss war auch nichts zu sehen müssen oben sein zehn sekunden einsatz in fünf sekunden drohne hat eine bombe lokalisiert entschärfer ist jetzt gesichert gelangst zu der bombe und entschärft sie haltet nach anderen ausschau die schule sind scheiße du der ausgewählte Ich muss da auch sagen. Also wieder komplett da rein gecampt. Für einen Sledge? Ich habe einen Sledge. Einen Fuse? Ja. Hat die Kamera eigentlich jemand zerschossen? Mh-mh. Oh, ein Schein schon. Woah, was war denn das? Die Sprengladung ist jetzt scharf. Geräte werden los. Oh, ein Schein schon. Noch ein Gegner übrig. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Die Vier-Eletronik. Gegner eliminiert. Eigentlich schon. Fiki-Fiki. 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 Jetzt aber. Zack, zack, zack. Ich bin so sauer auf dich. Ihr Säcke. Wir haben jetzt auch einen Kessel. Ja. Einen Kessel. Hä? Hä? Wir haben auch wieder frei. Keller. Keller. Haben wir vorher gewonnen. Ab. Ab in den Keller. Der Weinkeller. Schottendicht. Alles dicht machen. Ganz ehrlich. Wir sind vier Leute. Wir halten uns super. Ja. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Es verteidigt sie. Zugangssperre angebracht. Sollen sie zurückkommen. Ach doch. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Da ist ne Drohne. Ne, Sekunden. Lass die doch. Fünf Sekunden doch. Mach mir da mal bitte zu, Mensch. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Leck mich im Arsch. Jetzt kannst du die Drohne wegmachen. Da ist noch mal eine. Da ist noch eine. Da wird noch eine. Ein Nässchen mit meinen Süßen ist platziert. Achtung, Durste, du. Kommt da einer. Von oben. Wollen sie? Komm. Treff hier oben, oder? Jawohl. Der ist weg. Was war denn da? Was war denn da? Ach, komm der Fuse. Das gibt es nicht mit seiner Scheiß. Spreng den hier. Der ist auch spitze. Aber wenn der da hier noch macht. Vorsicht, da kommt die Schildträger. Ja, von oben. Ja, der ist dort der Schildträger. Ja, der ist dort der Schildträger. Ja, der ist dort der Schildträger. Da ist jetzt die Treppe wieder hoch. Der Fuse. Achtung, jetzt kommt er runter. Jetzt kommt er hier runter, ja. Schildträger. Achtung, Durste. Du schaust vorhin mit dem Rücken zu ihm, gell? Ja, das ist ich? Ja, du. Das ist auch ein Zweischildträger-Sale. Jetzt hinter dich. Und der andere ist oben. Ab. Der steht auf der Treppe. Ja, 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 ja. Extra schnell. Schnell, dazu entschärfen. Wo ist denn? Die Bombe entschärfen, Mann. Oh ja. Scheiße. Was? Warum bin ich denn blind? Messer. Messer. Er ist auch erst wieder da. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Der Gegner hat eine entschärfte Bombe. Mission gescheitert. Shit. Fuck. Mann. Matchball-Verlängerung Teil 3. Das gibt's ja. Ich hab bloß noch an dir gelegen. Jetzt hat's schon wieder wollen. Scheiße. Ja, den hab ich genommen. Entschuldigung. Achso, nein, dann passt's schon. Nein, nein. Nein, nein, nein. Jetzt mag ich ihn nimmer. Jetzt mag ich ihn nimmer. Jetzt nimmer. Jetzt nehmen wir den Fletcher. Nein, ich... Ich dachte, der andere hat ihn wieder. Achso. Passt schon. Teno Algeros. Ja. Der Freilich haut an, der Teno Algeros. Der Teno Algeros. Der Teno Algeros. Weil ich jetzt den Fletcher nochmal hatte, der hat bloß wieder drauf gewartet. Der Wichser. Na, wir kommen mit dem nicht um. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Nur wir drei können was. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, ich lebe es gerade für vier Stunden hier aus. Ich will das Material nicht sichten für vier Stunden. Nee. Das war halt extrem frustrierend irgendwie. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Keller? Ja, Keller. Genau. 10 Sekunden bis 1,2,60 Punkte. Einsatz in 5 Sekunden. Hey, ich würde sagen, schnapp uns die. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Also. Ja, gehen wir vielleicht zusammen vor. Na, das machen wir jetzt ja schon. Einfach nie nach. Nein! Keine Emilia! Lagerraum! Ok, allem ganz hinterher. Boah. Da ist ein riesen Loch drin. Irgendwo musst du nicht grüßen. Oh nein! Guck mal rein. What? Ach nee, von hinten da ist einer noch. Och Mann. Du täuschen, da kämmt einer irgendwo im Eck draußen. gut draußen also bei die treppen hoch ich flipp aus genau der war es wo war denn der ganz so ich glaube der macht da gerade zu ich habe bloß das links gehen wieder zu macht und dann kommt rechts noch mit einer das war es verloren der wusste auch genau wo er war das war nichts Nix. Ja, aber mir geht halt irgendwie gar nichts zusammen, hey. Ich weiß nicht, ey, ich schieß da 10 zu 5 hat dich. Und ich krieg persönliche Rang. Bronzeviel. 2,0 KD. 2,0 KD-Nisch. 2,0 KD-Nisch. Da geht es weiter. 2,0 KD-Nisch. 1,5 KD-Nisch. 1,5 KD-Nisch. 2,0 KD-Nisch. Untertitelung des ZDF, 2020